Sich fühlen Wie fühlst du dich? Ich fühle mich. Gut. Schlecht. Welches Tier ist das? Wo lebt er? Sie? Wie heißt er? Sie? Wie alt ist er? Sie? Wie sagt man auf Englisch? V sagt man auf Englisch. Was sagt? Was macht? Das ist eine Katze. Ein Affe. Eine Kuh. Ein Hund. Ihr. Sie lebt. In einem Haus. Im Dschungel. Auf einem Bauernhof. Ihr. Sie heißt. Ihr. Sie ist Jahre alt. Ihr. Sie macht so. Sie ist Jahre alt. 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 Sie ist Jahre alt.